Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen. In diesem Video zeige ich dir, wie ich mir bei Interactive Brokers bzw. in meinem Fall dem Ablecher CapTrader einen Konto auszog, einen Bericht erstelle, den ich als Grundlage für meine Steuererklärung verwende. Hinweis, ich bin kein Steuerberater, wende dich für eine Fachberatung immer an einen Steuerberater. In diesem Video zeige ich nur, wie ich dies tue. Ich befinde mich hier an einem Paperkonto, also keinem echten Depot. Ich gehe nun auf den Menüpunkt Performance und Berichte und hier wähle ich aus Kontoauszüge. Hier stelle ich mir nun einen benutzerdefinierten Kontoauszug, indem ich hier auf das Pluszeichen klicke. Ich gebe den ganzen einen Namen, in diesem Beispiel Kontoauszug für Steuern. Kontoauszugstück bleibt bei Aktivität und bei Abschnitte wähle ich nun aus Abgehende Transaktionstransfers, Anleihenzinsen, aufgelaufene Zinsen, ausstehende Ausübungen, Barausgleich bei Optionen, Beratergebühren, Brokerzinsen, Cashbericht, Devisenpositionen, Dividenden, Eingehende Transaktionstransfers, Einzahlungen und Auszahlungen, Forex-G- und Fahrdetails, Gewährung von Bezugsrechnungen, HK-IPO-offene Zeichnungen, IPO-Zeichnungsaktivität und in dieser Spalte alle weiteren Unterpunkte. In der zweiten Spalte wähle ich aus Kundengebühren, Leihdarleihungsgebühren, Leihendarlehen, Nettovermögenswert, Offene Positionen, Offener Dividendenanfall, Optionsausübungen und Zuteilungen, Optionsverteilung nach Verfallsdatum, Provisionsdetails, Provisionsgutschriften, Quellensteuer, Routingpositionen, Sonstige Gebühren, Trades, Transaktionscodes, Transaktionsgebühren, Transaktionsübersicht nach Assetklasse, Transfers, tägliche Umrechnungskurse, sowie die letzten vier Unterpunkte in dieser zweiten Spalte. Bei Abschnittseinstellungen wähle ich aus bei Gewinn und Verlust, ausschließlich realisierte GV, Pulsionen Long und Short aufschlüsseln, Ja, nach Basiswert kombinieren, Ja, gelöschte Transaktionen anzeigen, belasse ich bei Nein, Gruppenkäufe und Verkäufe pro Symbol, Ja und die weiteren drei Punkte, Nein. Klicke auf Weiter, du siehst hier dann noch eine Zusammenfassung deiner Angaben und wenn alles in Ordnung ist, klicke ich final auf Erstellen. Damit wurde mein Benutzerdefinierter Auszug gespeichert. Dieser ist nun hier aufgeführt und bei Bedarf kann ich ihn ausführen. Hiermit klicke auf den kleinen Pfeil, starten, gebe den gewünschten Zeitraum ein, also zum Beispiel Benutzerdefiniert für das letzte Jahr, Format wähle ich aus PDF, Sprache Deutsch und klicke auf Starten. Den so generierten Bericht verwende ich nun als Grundlage für meine Steuererklärung. Meine Steuererklärung gebe ich übrigens seit Jahren ab mit dem Programm Wieso Sparbuch. Hat dir das Video gefallen? Lasse gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.